Was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Plakos. Heute reden wir mal über das Alkohol, trinken bei der Bundeswehr, über das Feiern und so weiter und so fort. Es ist ja so, dass wirklich immer gesagt wird, bei der Bundeswehr, die saufen alle so viel und die rauchen alle und mega krass. Ja, es stimmt. Also das, was ich erlebt habe, es stimmt. Grundausbildung, das erste Wochenende, bin ich da geblieben in Leipzig. Wir waren fast alle zusammen feiern. Und wir haben ordentlich getrunken. Es versteht sich, kein alkoholisches Getränk im Dienst, während eurer Dienstzeit. Es ist klar. Ich glaube, da muss man nicht drüber reden, das versteht jeder von selber. Es ist so, dass ihr quasi, ja, bei der Bundeswehr ist es einfach so, dass ihr quasi irgendwann als Gemeinschaft zusammenwächst in der Grundausbildung. Und da ist es dann einfach so, ihr geht zusammen trinken. Und das ist wichtig. Und auch abends, das Bier nach dem Dienst ist wichtig. Und das ist gut. Weil gerade das, dass wir in der Grundausbildung abends noch zusammensaßen, sag ich mal, im Mannschaftsheim oder sowas, und ein Bierchen getrunken haben, oder was auch immer, Wodka-Cola, Wodka-Energy, was auch immer ihr mögt. Ja, es war gut, dass wir das gemacht haben. Weil das hat uns irgendwie so, ja, ich sag mal, zusammengeschweißt, kann man schon sagen. Ähm, es war eher so, es war cool. Es hat wirklich richtig, es hat einen wirklich zusammengeschweißt, dieses Trinken, sag ich mal, nach dem Dienst, ja. Der Dienst war mega anstrengend. Und dann kommt ihr da hin, setzt euch da hin, redet über den Tag, trinkt genüsslich ein Bier dazu. Beste, ja. Ich bin jemand, der mag jetzt nicht so gerne Bier. Ihr habt auch den einen oder anderen Wodka-Energy da mal getrunken. Ja, oder Jim Beam Cola, aber, ähm, das ist einfach entspannt. Ja, man sollte natürlich nicht übertreiben, gerade in der Grundausbildung sollte man nicht übertreiben, dass man am nächsten Tag, sag ich mal, nicht mehr fit ist. Das, äh, wäre, ja, ihr wisst, was ich sagen möchte. Also, es ist so, wir haben echt viel getrunken. Dann war das zum Beispiel so in München, ja, auf dem Feldwebelehrgang. Ähm, da war dann wirklich Alkohol wirklich höchste Priorität. Also, da gab es jeden zweiten Dienstag im Monat, gab es den Cocktail-Abend, ja. Da wurde quasi das Mannschaftsheim zu so einem Cocktail-Club umgebaut, quasi. Und da konnte man dann Cocktails bekommen und so. Und das war dann immer, immer der astreine Absturz überhaupt. Also, wirklich, wir waren jeden, jeden zweiten Dienstag waren wir sowas von komplett besoffen. Ähm, haben dann quasi am nächsten Tag natürlich wieder aufrichtig unseren Dienst getan. Und, äh, haben auch, sag ich mal, alles vernünftig gemacht und auch richtig gemacht. Aber auch die Ausbilder waren dabei an diesem Cocktail-Abend. Und da sind, äh, Sachen und Geschichten passiert. Unglaublich. Also, wirklich unglaublich, was man da von Kameraden erlebt hat. Ich weiß noch, ein Kamerad hat sich, äh, nachdem er dann saufen war, hat er sich hier quasi eine Nadel reingemacht. Und dann, ähm, ganz normale Infusion, ähm, gelegt, damit der am nächsten Tag wieder fit ist. So, komplett gestört. Aber es war cool. Das hat Bock gemacht, ja. Da sind auch so viele Geschichten entstanden, in die Flaschen gekotzt. Und die waren dann über vier Wochen unterm Bett und so. Ich meine, ich versuche gerade so zu tun, als ob ich von anderen Leuten rede. Aber vielleicht rede ich ja auch von mir. Hm, ja, vielleicht. Ähm, es ist auf jeden Fall kranke Scheiße da passiert. Echt kranke Scheiße. Und auch am Wochenende, wir waren jedes Wochenende, wenn ich da geblieben bin in München, das war oft, sind wir feiern gegangen, ja. Gerade ins Neuraum in München. Wenn ihr mal in München seid, geht ins Neuraum feiern. Das ist am Hauptbahnhof. Das ist der beste Club, den ich je wirklich gesehen habe. Also, ich war schon, ich war schon viel, ja. Ich war in Berlin, ich war in Köln, ja. Hier in der Umgebung ist eh Toddose, ja. Ähm, München und Neuraum ist die krasseste Diskothek, die ich je erlebt habe. Also, da müsst ihr mal hin, wenn ihr in München auf jeden Fall seid. Ähm, ja. Es ist so, dass so irgendwann ein Feldwebelergang ist, quasi irgendwie so auf Kumpelbasis. Auch mit dem Ausbilder ist irgendwie so eine Kumpelbasis. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Es ist anders wie eine Grundausbildung. Ähm, und da gehst du auch mal mit dem Ausbilder einfeiern, ja. Und einsaufen, ja. Und mal richtig Party machen. Und Frauen aufreißen und was auch alles dazu gehört. Das ist, das macht Bock, ja. Also, wie gesagt, Alkohol gibt es bei der Bundeswehr und wird auch getrunken. Und der eine oder andere, als ich es leider mitbekommen habe, hat auch schon mal im Dienst einen weggepichelt. Muss nicht sein, ja. Was heißt, muss nicht sein, ist verboten und sollte auch bestraft werden. Aber, gut, jeder ist eine Glückesschmiede, ne. Jeder ist für das verantwortlich, was er macht und haben die halt dann Pech gehabt. So ist meine Meinung. Das war das Video zum Alkohol in der Bundeswehr. Damit ihr so ein bisschen Bescheid wisst, okay, ja, wenn ich mich für die Bundeswehr entscheide, dann ist mein Leben nicht langweilig. Nein, auch das gehört dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss.